Jo Leute, was geht? Willkommen zu Diablo 4. Ich habe ja schon einen Post gemacht vorgestern bezüglich der neuen Informationen zu Diablo 4 Season 3. E-Volumes, was entweder teuflische Webstühle heißt oder böses Drohnen. Ich weiß noch nicht. Kann entweder ein Substantiv sein oder ein Verb sein. Schauen wir mal. Wir haben auch noch nicht viel bekommen, außer einen Trailer. Den kann ich euch hier mal einblenden. Und da gibt es eigentlich nur eine interessante Sache. Und zwar findet man ganz am Ende des Trailers, ungefähr bei Sekunde 10 oder so, Glyphen wieder. Steht also wieder eventuell im Kontext mit Drohnenwörtern. Aber lasst uns überraschen. Mehr dazu erfahren wir am 18. um 18 Uhr. Deutsche Zeit. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich das Ganze streamen werde. Aber ich werde für euch natürlich die Informationen für den Tag drauf für YouTube zusammenfassen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen. Da wird es bestimmt sehr viele Informationen wieder im Campfire Chat geben. Und es wurde auch ein bisschen bemängelt, weil man ja gesagt hat, eigentlich sollen Patchnotes und solche Campfire Chats mindestens eine Woche vor dem Update sein. Und 18. ist der Donnerstag und die Season startet am Dienstag. Ist also eine kleine ganze Woche. Ist tatsächlich den Feiertagen geschuldet. Also da werden wahrscheinlich viele Leute zwei, drei Wochen vielleicht sogar in den Weihnachtsurlaub gewesen sein. Und deswegen hat sich das alles so ein bisschen nach hinten verschoben. Ich denke für die Zukunft wird es wieder so sein, dass wir auch viel früher Informationen bekommen. Das wird jetzt eine Ausnahme gewesen sein wegen Weihnachten. Außerdem ist in Diablo 3 Season 30 gestartet. Wobei man dazu sagen muss, eigentlich ist es nicht wirklich Season 30. Weil mit Season 29 gab es das letzte Mal eine Season in Diablo 3. Season 30 recycelt nur Themen aus anderen Seasons davor. Und so wie ich das verstanden habe, ist für Season 30, für den Anfang erstmal das Thema von Season 25 geplant. Das Thema war Herrscher der Hölle von Season 25. Die Season habe ich natürlich nicht gespielt in Diablo 3. Da war ich noch lange nicht im Diablo-Modus. Aber es geht um Splitter. Ihr kennt das wahrscheinlich alle schon. Die man in Waffen und Gegenständen sockeln kann, die verschiedene Fähigkeiten geben. Außerdem wurden zwei Sachen dauerhaft ins Spiel gebracht. Einmal, das kennt ihr vielleicht noch aus Season 29, die Portale, die aus dem Nichts auftauchen. Wo ihr dann rein könnt, um dann verschiedene Layer zu besiegen. Ebenen von Gegnern, die immer stärker werden, immer besseren Loot fallen lassen. Das kommt jetzt dauerhaft ins Game. Also egal ob Eternal oder Seasonal. Das werdet ihr jetzt immer in der Welt sehen. Und Riten von Sanctuario bedeutet, ihr könnt Materialien am Altar eintauschen für verschiedene und besondere Fähigkeiten. Was das bedeutet, weiß ich tatsächlich nicht, weil das habe ich noch nie gemacht. Aber ich werde heute live im Stream ein wenig in die Season 30 bzw. in Season 25 schauen. Und das Ganze mit euch zusammen erfahren. Wenn ihr da dabei sein wollt, checkt auf jeden Fall mal Twitch ab. Müsste jetzt eigentlich live sein, um mal ein bisschen in Diablo 3 reinzugucken. Ich werde hier den Mönch spielen. Und dann bin ich gespannt, was mich erwartet. Ich finde es cool, dass man von hier vom Start direkt in die Stadt gucken kann. Das fällt mir jetzt erst auf. War mir gar nicht so bewusst. Sehr cool. Morgen gibt es ein bisschen Gameplay zu Prince of Persia und Lost Crown. Das habe ich angezockt. Und dann denke ich mal, wird es nächste Woche in die heiße Phase von Diablo 4 gehen. Ich würde mich immer über ein Like auf die Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal Leute, haut rein.